Willkommen auf dem Segelohrenbob-Kanal. Und hauptsächlich gibt es hier Natur und logische Technik. Das kann doch wirklich euer Ernst sein, oder? Was? Wir haben es gesehen, wir haben es gesehen. Kannst dir das vorstellen, wenn die Schweigen kommen, gehe ich hinaus und sage, oh, dankeschön, dass ihr mich besucht. Ach nee, nicht immer im Licht nach, Kollege. Nicht immer im Licht nach. Hier ist jedenfalls jetzt das Fenster. Moment. Komm her. Komm hier drauf. Und hier geht es nämlich nach draußen, wenn du nach draußen willst. Hier ist wieder Fenster auf. Du kannst starten.